Wo soll ich was hin machen? Ähm, entweder ich... Lass mal noch hier an der Seite. Nein, 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 nein! Ach du, du Idiot! Was hast du gemacht? Warum? Das ist so blöd. Wieso? Was kannst du eigentlich machen? Wieso? Was ist los mit dir? Alter, wie kann man so... Was ist los, Digga, Mann? Alex, mach mal die Musik aus. Alter! Alex, mach mal die Musik aus. Fuck! Ich wollte das Ding wieder aussammeln. Ich hab F gerückt und es kam erst mal diese Wand nicht, ne? Und dann hab ich gedacht, vielleicht hab ich die falsche Taste gedrückt und hab die daneben gedrückt. Warum machst du das vor allem? Ich hab den Sprengstoff geworfen, wollte den Sprengstoff entfernen und drück wieder G, ey. Fuck! Du Idiot! Äh... Scheiße! Beim Fenster, ja. Bei mir ist einer. Bei mir ist hier einer. Ich glaub, im Bart ist einer. Ich glaub, im Bart ist einer. Eine ist im Nebenzimmer. Ja, ist das. Ach, Moment mal, ich hab doch ne Drohne, sag das doch! Ja, fahr rein und tu den verwirren. Hier ist hier Slash bei mir. Im Bart ist noch einer. Ja, aber nicht im Bart. Versuch den hier, wo ich Makita. Moment, ich muss mal kurz schauen wegen dem Bart. Alex, ich brauch dich hier. Ich krieg kein Ding. Moment, ich komm sofort. Fahr hoch, verwirr den und dann sag mir, wenn du nass. Vorsicht. Verwirrt, verwirrt. Dr. Juhu! Das war knapp, das war knapp. Warte? Durch die Wand. Ja, da war ne offene Wand, da, genau da. Oh, die waren gefrägt. Oh, das war schön. By the way, ne Frostfalle, ne? Danke, die hab ich auch gesehen. Ja, jetzt hat Frost erwischt, ne? Jetzt geh ich in den Raum rein. Boom, tot. Einer, glaub ich, links. Mach mal alle den AP-Gridsch. Hast du nachgeladen? Schön. Geh um die Ecke. Genau. Oh! Haha, ich kann mehr, ich hab's gesagt. Das ist der Revolver eigentlich recht cool. Ja. Boah. Sehr nervös, fremd. Grad eben noch so, du kriegst ja nie Kills, wenn du mit mir spielst. Haha, das war die Ecke mit Mandanje, ja? Ah. Ja. 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 Schön zu mir hingeloggt. Das war echt wie so eine Treibjagd. Oh, warte mal. Aufpassen, Jonas. Jonas, weg da. Ah ja. Noch einer. Oh, ich schläge gerade nach so, ne? Bam. Oh. Nice. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?